Teil 3 Auswege Kapitel 14 Einen klaren Kopf bewahren Und denn, man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopedien, auf Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum obenauf, und das ist ihm wohl und behaglich, im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist. Oft lehrt man auch Wahrheit und Irrtum zugleich und hält sich an Letzteren. Johann Wolfgang von Goethe, Gespräche mit Eckermann, 16. Dezember 1828 Zeiten des Umbruchs sind Zeiten der Unsicherheit. Unsicherheit macht Angst, Manipulation, Repression und Verwirrung nehmen zu. Da ist es gut, einen klaren Kopf zu behalten. In diesem Teil des Hörbuches werde ich Ihnen Strategien vorstellen, wie Sie Ihr Vermögen sichern können. Beginnen möchte ich jedoch mit ein paar persönlichen Hinweisen. Es ist wichtig, dass Sie mit Aufmerksamkeit und Gelassenheit in die Phase des Umbruchs eintreten. Vieles kann passieren, auch sehr unschöne Dinge. Manche kündigen sich bereits an, wir wissen nicht, was kommen wird. Wie nahe Vernunft und Unvernunft beieinander liegen, wie dünn die Schicht der Zivilisation ist, zeigt immer noch meisterhaft der Roman »Herr der Fliegen« von William Golding. Eine Gruppe englischer Schuljungen soll während eines Krieges evakuiert werden, doch ihr Flugzeug stürzt über eine unbewohnten Pazifikinsel ab. Kein Erwachsener überlebt und die Kinder nehmen an, dass nach dem Abwurf einer Atombombe ihre Heimat und ihre Verwandten nicht mehr existieren. Zunächst scheint der Verlust der Zivilisation leicht zu überwinden, aber bald greifen Aggression und Gewalt um sich. Die Jungs verlieren alle Hemmungen und es beginnt ein Kampf um Leben und Tod. Rasenschnell nehmen die Jungen das Verhalten eines Urwaldstammes an, gehen auf die Jagd, entwickeln Opferrituale. Gerade als die wilden Jäger den letzten Jungen, der noch an die Vernunft glaubt, umbringen wollen, landen Erwachsenen auf der Insel und machen dem Spuk ein Ende. Was den Roman so beklemmend macht, ist, dass er so realistisch wirkt. Es könnte tatsächlich so passieren. Der Ideenhistoriker John N. Gray hat einige brillante, zugleich verstörende Bücher geschrieben, in denen er zeigt, wie dünn das Fundament unserer Zivilisation ist. Von Menschen und anderen Tieren ist eine fundamentale Kritik des Humanismus. Das Folgewerk »The Silence of the Animals« über die Illusion des Fortschritts ist 2015 unter dem Titel »Raubtier Mensch« auf Deutsch erschienen. Gray betrachtet den Humanismus als eine Ideologie, die religiösen Ideologien verwandt sei, als einen Aberglauben. Der Mensch ist nach Gray nicht immer edel, hilfreich und gut, sondern trägt ebenso das Böse in sich, die Aggression. Für Gray ist die Menschheit eine gierige Spezies, die andere Lebensformen ausrottet. Menschen können die Erde nicht zerstören, aber sie können mit Leichtigkeit die Umwelt ruinieren, von der sie abhängig sind. Wenn wir uns die bisherige Geschichte unserer Spezies anschauen, dann hat Gray nicht so Unrecht. Die Megafauna haben wir vernichtet, wo immer sie hinkamen. In Amerika, in Australien, in Europa. Nur in Afrika haben die großen Tiere überlebt. Die Wälder rund um das Mittelmeer wurden abgeholzt. Das 20. Jahrhundert hat zwei verheerende Weltkriege gesehen. Und gerade mal drei Jahre nach dem Beginn der von George Bush Senior propagierten Neuen Weltordnung fand in Ruanda ein verheerender Genozid mit schätzungsweise 800.000 bis einer Million Toten statt, der quasi über Nacht ausgebrochen war. Die praktische Vernunft pflegen Der spanische Künstler Francisco de Goya schuf 1799 eine Grafik mit dem Titel »Der Schlaf der Vernunft gebiert ungeheuer« – eines der bekanntesten, wirkungsmächtigsten und am häufigsten interpretierten Werke der europäischen Kunstgeschichte. Das Bild ist möglicherweise von der französischen Revolution inspiriert, die durch eine Herrschaft des nackten Terrors und der Guillotine ging, bevor das von Napoleon Bonaparte dominierte Konsulat eingerichtet wurde, der sich wenige Jahre später zum Alleinherrscher aufschwang. Wahrscheinlich wollte Goya zeigen, dass die reine Vernunft in Schrecken und Chaos endet, wenn sie keine Grenzen anerkennt und sich selbst absolut setzt. Gegen Ende seines viel zu kurzen Lebens habe ich das Thema häufiger mit meinem Vater 1928 bis 1983 diskutiert, einem preußischen Humanisten. Ich war Teenager, er war Anfang 50. Mein Vater war aufgeklärt, mutig und Selbstdenker und gläubiger und engagierter Christ. Er musste als 17- und 18-Jähriger die Schrecken des Krieges und von Flucht und Vertreibung kennenlernen und hat dennoch nie seine Achtung für die Menschen verloren und sein Engagement für das Gemeinwesen verringert oder gar aufgegeben. Reine Vernunft ohne Tradition und Glauben kann sehr schnell pervertieren, zu einem totalitären System und in den Abgrund führen. Das war seine feste Überzeugung. Wir sind in dieses Leben gestellt. Menschen müssen ihre Grenzen akzeptieren. Einer seiner handschriftlichen Essays ist mit Grenzen überschrieben. Eine ähnliche Auffassung vertrat der ordo-liberale Ökonom Wilhelm Röpke, der eines seiner Werke mit Maß und Mitte betitelte. Diese Forderung gilt natürlich besonders für die Mächtigen. Gerade sie müssen sich kluge Selbstbeschränkungen auferlegen. Eine solche Selbstbeschränkung war das politische System in Europa nach 1648. Die Staaten erkannten ihr jeweiliges Existenzrecht an und versuchten nicht mehr, sich gegenseitig ihren Glauben, ob katholisch oder protestantisch, aufzuzwingen. Auch nach dem Westfälischen Frieden gab es Kriege. Viele Kriege. Aber keiner hatte mehr die verheerende und totalitäre Wucht des Dreißigjährigen Krieges. Der Krieg war eingehegt. Er wurde als Ultima Ratio geführt, um Interessen durchzusetzen, aber nicht, um den anderen zu vernichten. Erst mit dem Bürgerkrieg in den USA und dem Ersten Weltkrieg sollten wieder Kriege ausbrechen, bei denen auch die Vernichtung des Gegners zu den Kriegszielen gehörte. Edmund Burke, 1729 bis 1797, war ein irisch-britischer Intellektueller und Politiker und einer der geistigen Väter des Konservatismus. In seinem wichtigsten Werk über die französische Revolution, englisch Reflections on the Revolution in France, argumentiert er, dass der Rationalismus die Wurzel seines eigenen Verderbens in sich trägt. Jedes Prinzip, auf die Spitze getrieben, verursacht Chaos. Absolute Freiheit, zum Beispiel, kann es nicht geben. Entweder endet sie im Chaos oder in der totalen Unfreiheit, wie es George Orwells Parabel von der Farm der Tiere so anschaulich ausmalt. Ein anderes Beispiel ist das Marktprinzip. Auf die Spitze getrieben würde es unsere Gesellschaften schnell zerstören. Wir sehen den Prozess teilweise vor unseren Augen ablaufen. Burke kritisiert den Rationalismus scharf und stellt stattdessen die praktische Vernunft in den Mittelpunkt. Ein Satz aus seinen Betrachtungen über die französische Revolution hat sich mir ins Gedächtnis eingebrannt. Die angeblichen Rechte dieser Theoretiker sind alles Extreme. Und so sehr sie metaphysisch wahr sein mögen, sie sind moralisch und politisch falsch. Die Rechte der Menschen befinden sich irgendwo dazwischen. Man kann sie nicht exakt definieren, wohl aber erkennen. Die praktische Vernunft erkennt Traditionen, Strukturen und Grenzen an und arbeitet damit. Bücher lesen, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Ich will es nicht verbergen, ich bin ein Bücherfan. Bei jedem Buch hat sich ein Mensch Gedanken gemacht und diese unter den Umständen seiner Zeit niedergeschrieben. Bücher erlauben uns 100- oder 1000-jährige Zeitreisen. Auf noch etwas wurde ich vor etwa 10 Jahren von einem Bekannten, einem Arzt mit 5 Kindern, hingewiesen. Bücher sind nicht manipulierbar. Wenn sie einmal gedruckt und verbreitet sind, stehen sie in der Bibliothek oder im Regal als unveränderliche Zeitdokumente. Das haben die Machthaber noch nie wirklich gemocht. Qin Shi Huangdi, der erste chinesische Gottkaiser, 259 bis 210 v. Chr., einte das Reich mit brutalen Kriegen und führte umfassende Verwaltungsreformen durch. Aber er ließ auch alle Bücher vernichten, damit er neu anfangen konnte. Die Nationalsozialisten führten 1933 Bücherverbrennungen wieder den undeutschen Geist durch. Heute wiederum verschwinden Bücher aus dem Verkehr, in dem unliebsame, aber wichtige Werke nicht mehr verlegt werden oder weil der wirtschaftliche Druck auf die Verlage einfach zu groß geworden ist. Immer häufiger werden auch Bücher oder ihre Verfasser diffamiert und die Werke einfach umgeschrieben. Als Vater sehe ich mit großer Sorge, dass viele Kinderbücher mittlerweile im Sinn der politischen Korrektheit einfach geändert werden. In meinen Augen ist das eine Todsünde, denn der Autor hat sich seine Gedanken gemacht, als er sein Buch schrieb. Gedanken seiner Zeit. Das Original erlaubt es auch, die Gedanken des Verfassers in seiner Zeit einzuordnen. Und nicht immer ist das Neuere das Bessere. Im digitalen Zeitalter wird die virtuelle Bücherverbrennung noch viel einfacher. Mit wenigen Knopfdrücken sind Inhalte gelöscht oder verändert. Ich sehe daher die massiv von der Technologielobby unterstützten Bestrebungen, die Schulen zu digitalisieren, sehr skeptisch. Aus meiner Sicht bleibt es richtig, zunächst schreiben, lesen, rechnen, Geschichte und Denken zu lernen und dann die Informationstechnologie einzusetzen. Das St. John's College in Annapolis, Maryland, pflegt seit zweieinhalb Jahrhunderten einen interessanten Ansatz. Das College hat ein Curriculum der großen Bücher der westlichen Denktradition, Philosophie, Religion, Geschichte, Mathematik, Wissenschaft und Literatur. Die Studenten lernen Philosophie durch die Lektüre von Kant, Physik mit Newton. Der moderne Hochschulbetrieb betont Aktualität und gleicht sich damit Online-Medien wie Wikipedia an. Ein Kollege von mir sagte einmal allen Ernstes, er lese keine Papers, die älter als zwei Jahre sind. Ich hätte genauso ernsthaft entgegnen sollen, dass ich nur Papers lese, die älter als zehn Jahre sind, weil ich so weiß, dass die Gedanken des Verfassers eine gewisse Qualität haben. Ich habe das nicht erwidert, weil es nicht ganz gestimmt hätte. Aber die Aussage ist klar. Was sich von den Fesseln der Zeitgebundenheit gelöst hat, was zeitlos ist, hat einen besonderen Wert.